Ja, stimmt, genau das war die Nummer, da stand hier eine Anleitung drin, Achtung, die einen sind nur mit Plastiknoten, die andere sagt, wo es frei ist, brauche ich, oder? Ich stelle dir einfach 4 USB. Das einzige, was mit den Kabeln rangeht, ist quasi nur noch von den Motoren, die das Signal und... Keine Anstrengung? Ja, das gibt's auch, ne? Ich wollte nochmal durch so andere Sachen ziehen. Ja. Ja. BOOM! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020